so freunde haben 40 40 cm habe hier jetzt pink gelb grün weiß und schwarz machen wir einen kleinen einen kleinen flip cup also nicht alles so gehen einfach nur zum spaß verteilen wir jetzt die farben hier auf dem bild also mit neongrün gelb grün entschuldigung angefangen und dann dieses neon pink jetzt ist es auch schon leer dann das weiß weiß war vielleicht ein bisschen zu wenig egal jetzt das schwarz noch schwarz auch nicht so viel der war gut aber dann haben wir hier auch gleich den flip cup geöffnet so nicht schlecht erspricht kurz mal die kölnchen abputzen jetzt mache ich die luftbläschen raus habe das ganze mit dem medium glänzen von bösen angerührt dass ihr das auch wisst so jetzt kommt das ist schon eigentlich der eigentliche teil ich verteile das jetzt mit dem spachtel aber nicht alles sondern das ist eigentlich nur ein teil das reicht schon den rest lassen wir jetzt laufen damit das bild so 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 ich hoffe jetzt seid noch im bild aber vielleicht noch ein bisschen viel weiß allein stehend das mischen wir noch mal ein bisschen okay so 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 okay so 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 dann nehme ich jetzt das silikon 100 einfach so eine tüte hier da tue ich das drauf dann nehme ich jetzt so eine spachtel eine zackenspachtel und die kaufe ich ein und dann schauen wir mal wie das mit dem 100 funktioniert also silikon 100 und vor allem auch mit diesem medium glänzend ich mache jetzt insofern erstmal die geraden Linien ich mache jetzt insofern erstmal die geraden Linien so so jetzt bin ich eingetaucht da überlege ich bei dem schwarz aber da kommt nicht viel raus aber wir machen das hier zusammen das ist eine Reihe voller Zellen vielleicht hier noch und die Ecke und die Ecke jetzt kommt auch schön das pink wieder raus jetzt kommt auch schön das pink wieder raus und und wir noch einen Schaschlik Spieß wenn ich noch einen habe wollte ich gerade sagen aber hier habe ich einen einen kleinen Schaschlik Spieß ich mache noch ein bisschen silikon drauf weil ich finde es nicht mehr jetzt kann man auch in die Rundungen reingehen also fahre mir hier die Linien ab auf Bis zum nächsten Mal. 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 Gut. Jetzt haben wir das geschafft. Da mir das manchmal etwas zu langweilig ist. Jetzt zeigen wir, ob wir das noch ein bisschen ziehen können, ob wir das noch auseinander dehnen können. Das läuft natürlich jetzt etwas unterschiedlich. Da durch das Swipen. Also schaut mal hier. Und vielleicht die gerade Linien hier. Dass wir die auch noch etwas in Bewegung setzen. So, ich finde es sieht halt nicht so langweilig aus. Da war ein Puzzle drin. So. So. Naja, das hat auch was. Nochmal kurz erhitzen. Also nicht übertreiben. Also nicht übertreiben. Aber das ist natürlich eben sein Geschmack. Aber ich finde es cool. Da sitzt halt die Zellen wie man möchte. Dann kann es da noch laufen lassen. Und etwas auseinander zieht. Auch wie man möchte. So, was ich jetzt gesehen habe, dass mir hier praktisch diese Zellen am Rand abhanden gekommen sind. Versuche ich die wieder rein zu setzen. Jetzt schauen wir mal was passiert. Wenn ich da nochmal rein gehe. Oder ob da überhaupt was passiert. Ja, ich glaube nicht mehr so. Ja, aber das ist okay. Gut, ich würde sagen das reicht so. Ich lasse einfach jetzt noch ein bisschen arbeiten. Einwirken. Seht ihr selber. Ein bisschen arbeitet jetzt immer noch nach. Da ist immer noch was drin. Und dann würde ich sagen, das ist natürlich gefährlich jetzt mit dem Silikon rein zu gehen. Aber schaut mal was da passiert. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Idee. Jetzt sehen wir, wie viel Silikon auf dem Schäbchen noch ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen mal, wie sich das dann ausweidet. was passiert auf dem schwarz ok aber das reicht ihr könnt da herum spielen wie ihr möchtet also ich finde es eigentlich superschön cool dann wie gesagt ich lasse vor 10 Minuten sogar ein Burken dann würde ich sagen bis gleich so Freunde jetzt von nahem hier haben wir ja die Reihe von Zellen finde es auch cool dass es jetzt hier dass sich das so auflöst hier diese Würmchen drin hier verschwundenen Zellen oder verlaufenen Zellen selbst hier cool geworden gehen wir mal zum Rand raus ok cool Freunde ich hoffe euch hat es wieder gefallen und dann bis zum nächsten mal also mir hat es auch gefallen schreibt mir die Kommentare und dann schauen wir mal also bis dann tschüss bis dann 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 bis